Wir Babys stecken in einer schweren Krise. Oh nein! Wie schrecklich! Furchtbar! Oh, was ist denn los? Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Teddy, wirst du so nett. Sie ziehen dir eine Show ab. Es geht los! Jimbo, Licht aus. Wisst ihr, Babys kriegen nicht mehr so viel Liebe wie früher. Wieso nicht? Ich präsentiere unsere Todfeinde. Hundewelpen! Nein! Nein! Genau das ist das Problem! Das ist ein Krieg. Die Hundewelpen gewinnen und die Babys verlieren. Das ist taumvoll! Ganz blöd, Baby! Was sollen wir denn jetzt tun? Ihr helft mir dabei. Genial! Cooler Plan! Du hast es drauf, Bob! Hurra! Hurra! Eure Eltern arbeiten alle bei Papico. Und haben sie euch schon irgendwas verraten? Ja, Sir! Allerdings! Fantastisch! Drillinge, los! A, B, C, D... Nein, haben sie euch irgendwas über den neuen Welpen verraten? Welpen! Nein, Jimbo, Hundewelpen sind böse. Stacy liest das Protokoll vor. Ich kann nicht lesen. Was steht da? Das ist mein Team. Ein Muskelpott, Drei-Jahr-Saga und eine Kritze-Liese? Ganz genau. Leg den Cookie wieder hin. Cookies gibt's nur für Leute mit Abschlüssen. E-Tank! Oh, als hätten sie ihr eigenes kleines Meeting. Oh Gott, das ist zu demütigend.